Ja, aber bist du nicht, bist du nicht schon genug beschäftigt mit Base Defense? Die Defense läuft, wie gesagt, irgendwann halbwegs automatisch. Sprich, das Problem sind eigentlich die Angriffswellen. Ja, das Problem ist, dass wir nicht schnell genug durch die gegnerische Scheiße durchkommen. Ich schicke den Energizer mit, zum Beispiel. Ich baue Sentinels mit dazu. Also meine ganz billigen Bodentruppen. Zumindest am Anfang. Gut, ich muss gucken, dass ich doch... Also das mit dem Gebäude bauen und dann alles sofort gelegen war super. Das war perfekt. Aber ich hätte das eine Mal nicht warten dürfen. Ich muss gleich in die linke Base pushen. Damit ich da schon mal gecleared habe. Und dann... Ja, aber die Kristalle sind es... Ja, wobei, aber die Kristalle sind es safe, glaube ich. Ja, aber dann hänge ich hinterher. Ich muss erst links clearen, dann rechts clearen. Weil dann muss ich weiter hinten clearen. Und... Das macht einfach mehr Sinn, wenn ich da gucke, dass ich da definitiv früher da rübergehe. Weil du hast mich ja das eine Mal gut unterstützt. Da hätte ich gar nicht so viele Einheiten gebraucht. Sprich, das geht dann. Und dann kann ich rechts rüber, dass die nahen Basen gecleared sind. Und dann gehe ich die... Dann cleare ich die Mitte. Also ich cleare erst links, dann rechts, dann Mitte. Und dann kommen danach erst die hinteren Bases. Die letzte Zugabe. You don't have enough yet. Weil ich jetzt genug habe. Das falsche Spiel ist jetzt vorbei. Der letzte Vorhang für uns zwei. Das war die letzte Zugabe. Und weil ich jetzt genug habe. Die letzte Verfolge. Anscheinend haben die Klaberkristalle zurückgelassen. Lassen Sie uns offenbar. Ja, Terry hofft, dass die Arbeiter sie dabei einsammeln können. Durch einen weiteren Kristall im Stabilisator haben sie sich etwas Zeit erkauft. Doch wird weitaus mehr... Die Nukes trauen sich aber echt ganz schön weit in die Basis rein, ey. Und ich bin damit zu heilen. So, ich hab ja gesagt mit dem zweiten auch noch. Au! Ach, das brauche ich, das brauche ich auf 6. Und zwar schon sehr weit. Hier kommt die Lava. Behalten Sie das übrige Terrain, den liebe Zuschauer. Dort geht es nur Sache. Einzige Streitkräfte setzen sich in Bewegung. Sie kommen direkt auf uns zu. Also ich muss quasi... Schauen wir mal, ob das dann besser geht. Also ich klee erst... Ich hab halt Lurker. Ja gut, diesen mir wäre egal. Weil ich ja gleich nur Weiß Detektor habe. Ja. So, jetzt haben wir hier zumindest mal was die Raketen angeht. Wir merken noch nicht ganz ein bisschen Ruhe, aber bald. Ich schaue dann, dass ich das außen cleare. Also rechts und links. Und danach gleich links mit deiner Hilfe rein pushe. Da brauche ich halt dann deine Spezialangriffe. Weil ich erforsche jetzt dann zum Beispiel die erste Spezialsachen für meine... Die ich in den Erweiterungen erforschen muss. Weil die kann ich mir nicht auch noch auf Hotkeys legen. Ja klar. So. So. Okay, dann haben wir jetzt die Goliaths. Das ist einfach scheiße. Das Benji Zeug erforsche ich nicht. Das Benji Zeug erforsche ich nicht. Das Benji Zeug hat sich wieder zurückgezogen und hinterlässt die Salzbrist Halle und Zerstörung. Okay, links oder rechts zuerst? Rechts. Okay, bin ich unterwegs. Eine Eilmeldung. Feindliche Streitkräfte versuchen die Arbeiter der Kommandanten aufzuhalten. Wir halten sie über die Geschehnisse weiter auf dem Laufenden. Noch vier Minuten... Gut, ist clear. Ja. Dude, stop. Just... Don't. Was? Ja, ich wollte nicht meine Sonden wegschieben. Sorry. Ja, ich weiß, das ist ein wenig schwierig. Keine New, keine New, keine New. Danke. Links ist sauber. Ich muss sagen, jetzt gehe ich links rein. Ah, ah, ah. Huh, knapp. Ich kann grad nicht auf meinen Purifier aufpassen, aber er macht das ja halb automatisch. Der hat schon gute Arbeit gelasset. Das hört mich sehr zu hören. So, jetzt haben wir erstmal sieben Minuten auf der Uhr. Acht Minuten sogar. Nice. So. Uhhh, 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 uhh, uhhh. Uhhh, 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 uhhh. Can't forget those wasted years Einmal kurz aus Augen gelassen, fuck you Den zweiten Purify hätten sie hier gelassen können, ganz ehrlich Ah ja, hätte hätte Fahrradkette, ne? So, hier links ist einer, da da vorne ist einer, der könnte aber halt Ja, jetzt muss ich erstmal gucken, jetzt kommen hier gerade drölfzig Millionen Angriffe Ja, ich weiß, bin hier auch gerade, ich fange hier gerade einen schon ab Ja, okay, das sind aber nur kleinere So wie es aussieht Ja, 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 sieben Milliarden Zerklinge Ah Ja Nein Shitwarr Wieso ist eigentlich bei dem Geld? Äh, passt. Ich hab nur gerade keine Zeit es für irgendwas auszugeben. Ne, ich mein wegen Expansion. Achso, ja, ja, ne, äh, noch, noch, passt. Ich hab grad andere spannere Probleme irgendwie. Sag mal, wachsen die Zerglinge nach oder was ist hier los? Ach, Fick dich. Scheiße, ehrlich. Shit. Ah. Okay, ich hab grad sage und schreibe ein Kristall gekriegt. Ich bin mir nicht sicher ob es Sinn macht die Expansion zu nehmen aber ich hol sie mir jetzt einfach alleine um vielleicht Westpingas zu sammeln. Oh, zwei Kristalle hier drüben. Also die, warte, die, die drei holen wir uns auf jeden Fall. Dann unterstütze ich dich da erstmal. Ja. Nicht dass da wieder irgendein Angriff festhängt. Ich sag, ich sag mir eher zu schnell so. Guck, dann muss die mal. Ja genau, da ist nämlich jetzt wieder ein Angriff. Also eine Defense. Ich hab' gefragt, ist das deine New York? Die eine, ja. Ist das gerade da oben? Ja. Wenn das nächste Mal wieder zu sehen. Ach, ich bin wieder durch. Ah, Uiuiuiuiui. So, ich kann dir grad nicht helfen. Ich hab' grad drei Kristalle auf dem Weg. Ich brauche keine Hilfe. Ich wollte nur drauf hinweisen. Oh shit, 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 shit. Ich finde es positiv, dass du drauf hinweist. Oh yeah. Pünktlich daheim? Yes. Ja. Da kam schon wieder der Alarm. Welcher? Das Drawer kommt. Ja, jetzt kommt er. Ach, den meinst du? Ja, okay, meine Base wird jetzt leider platt gemacht. Ach so, da, ja. Kannst du es dir jetzt eigentlich merken, du Vollpfosten? Oh, da fallen da auch Nukes oder ist das gerade was anderes in der Base da drüben? Nee, da fallen keine Nukes. Da war ein Angriff. Hauptsache ich kann ein bisschen Vespin sammeln. In der Lava schwimmen die Kristalle hin und her. Scheiße. Was, 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 was? Ja, scheiß Nuk hat gesessen. Wird gemacht. Huh? Das geht noch. Was, was, was? Was, was you're base burning to the ground part of the plan? War dein base burning to the ground part of the plan? Zeit in die Defensive zu wechseln. Start es 0. Don't just stand there. Shoot back! So. Hier drüben wären jetzt wieder zwei sicher. Ja, ich bin unterwegs. Da sind sogar drei sicher. Schließe ich mich mal in die Base da oben hoch. Ich habe einen Purifier ready. Warte kurz ab. Dann, ja, ich muss mich eh gerade. Oh, der ist so fies. Komm, neue Raven. Oh, fuck, 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 fuck. Ach Gott, das sind die Sonnen so schnell. Oioioioioi, die fingen Purifier. Nee, Nukes. Ah, da ist die letzte. Okay. Oh, 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 oh. So, ich kann mich jetzt gerade nicht um unser Zuhause kümmern, was scheiße ist. Das sieht aber eigentlich gut aus. Nee, rechts hat's komplett alles aufgerissen. Äh, Quatsch, rechts, links. Macht aber nichts, das ist ja schnell nachgebaut. Schließend Kick, Shit. Sicher Angriffstrumpf ist auf dem Weg zu unserer Basis. Sehr gut. Oh shit. Ja, ja. So, jetzt kläre ich die Base rechts, weil da ist auch noch ein bisschen was. Ja, ich bin gleich wieder so weit, dass ich dir da Feuerschutz geben kann. Wo kommen die ganzen dicken Nukes her? Das ist doch ekelhaft. Ja, komm, fick dich halt. Ist klar, ist klar, ist klar. Was war denn jetzt? Ah, wieder eine fucking Nuke in meine Verteidigung hier rein. Aber keine von den random, sondern von denen, die anfliegen. Aber meine Geschütze sind zu dämlich. Drauf zu schießen, wenn ich ihnen sag, dass sie drauf schießen sollen, bitte. Lauf doch, meine Fresse. So. Wir haben es fast, wir brauchen nur noch 5. Das kriegen wir hin. 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 Ja. 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 Wir haben jetzt gerade nur einen Purifier drüben. Wenn du da durch kannst. Ne, jetzt nicht mehr, du shit. Sind da jetzt mittlerweile 3? Wollt ihr mich verarschen? Äh, ja sind 3 und nein wollen sie vermutlich nicht. Der richtige Zeitpunkt. Puh, fuck you, fuck you, fuck you. Fuck you, fuck you. Laut und deutlich. Schon erlebt. Wie bitte? Ja. 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 Kann ich nicht. Ich meine ja theoretisch von der Zeit her. Ja, wir müssten gucken, ob die zwei in der Mitte safe sind. Ja, wo kann es ein bisschen nicht die letzten, die wir brauchen, aber. Ja, einen hier den wir brauchen, den clear ich jetzt gleich. Das Problem ist auf der Plattform. Na gut, da geht es links rüber. Auf einer kleinen Plattform brauche ich mit 3 Purifier nicht stehen bleiben. Schon wieder, alter Schwede, naja. Ich clear das hier hinten nur, weil ich kann mich da eigentlich nicht rein trauen. Dann kannst du dich raus trauen, kannst du hier rüber. Ne, jetzt eben nicht, weil der Lava Anstieg kommt. Oh shit. Oh shit. Danke, aber. Bitte? Süß. Ist trotzdem bei mir alles tot. Na gut. Na ja, da liegt ja noch die Hälfte. Wir brauchen noch 3. Wir brauchen noch 3 fucking Kristalle und wir haben 5 Minuten auf der Ruhe. Ich komm nur nicht dazu, irgendwo irgendwas in was weiterführendes zu bauen. Ist das echt eine mega Nessige Arsch. Und jetzt sind sie natürlich genau weit auseinander. Also ich habe keine Ahnung, ob wir den Linken, ich gehe jetzt zu dem Linken und schaue, dass ich den clearen kann, weil da kann ich weit genug von dem Purifier hinweg. Holy shit. Ja, ist ja nicht so, als würden die Angriffe nicht auch größer werden, ne? Ja, genau das. Also da ist wieder was. Hast du den schon Sommer denn allerdings? Ne, aber den mache ich gleich sauber. Also du kannst dich schon mal die Leben setzen. Ja, ich weiß nicht, ob bei mir alles überlebt. Doch ist klar. So, da ist ein Nuke. Ja, ja, 2. Ich sehe es. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal mit dem einen zurück. Scheiße. Darf ich hier auch dancen? Ich darf hier in der Mitte dancen. Ich weiß nicht, ob ich das überlebe, weiß ich. Geben 3 Pleifers. Und nix. Ich kann nicht sagen, ob ich das schaffe. Dann reitet euch auch die Verbreitung vor. Na ja, was ist die Option? Hier? Jetzt? Ne, 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 ne. Wir brauchen jetzt nur Glück bei zwei einigermaßen gut gespawnten... Dingern. Ja, ja, schön, 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 schön. Scheiße. Fuck. Ja, das ist jetzt... Danke. Nope. Das ist nicht fuck. Das ist fuck für sie. Ja, die muss... Ja, die muss... Ja, ja, die sind schon fast da. Fast da. Du darfst halt an sich nicht immer alle drei zurückschicken. Ja, gut. Das ist mit dem Dancen, man verliert sie dann auch immer wieder. Eigentlich... Ich fange nicht an drei Sorten zum Micro-Management. Ne, 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 verstehe schon. Kommt die denn jetzt nachher? So, ich geh jetzt hier drauf. Weil ich einfach hoffe, dass irgendeiner links spawnt. Weil wir nur noch einen brauchen. Ah, wär ich nur in die Mitte gelaufen. Fuck. Ja, weiß man nicht. Ja, dann hätte ich dir den einen Drop abfangen können. Die sind eine super Nuke. Macht nichts, macht nichts, macht nichts. Ja, wir haben gerade andere Probleme. Echt? Was? Ja, nö, in der Mission hat man immer andere Probleme, meine ich damit. Achso. Ne, ich hab... Ja. Ich hab grad sogar ausnahmsweise mal... Keine Probleme, ich hab alle Upgrades. Ich hab genug Kohle. Das einzige, was mich nervt, ist der Purifier. Die Purifier, pardon. Man kann sagen, PURAL. Yes. Was? Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Äh, wenn du ganz kurz wartest, wenn, wenn, wenn du, wenn du Sicht kriegst, warte. Ne, ich warte nicht, weil... Doch, doch, passt, passt, passt. Zurück, 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 zurück. Pass, da, da, da sollte schon irgendwie drei Viertel gestorben sein. Und jetzt stirbt der Rest. Gut, ich kann hier grad noch nicht raus. Aber jetzt. Gut, ich kann hier grad noch nicht raus. Ich muss dir da nicht raus. Ich muss dir da nicht raus. Ich muss jetzt aber hier bleiben. Ja gut, aber es pausiert. Es pausiert ja. Ja, ja, trotzdem. Und diesmal sind's nicht wie bei dem einen Mal drei Sekunden oder zwanzig Sekunden auf die nächste Uhr, bis es pausiert, sondern eigentlich nur ne Minute. Ja. Okay, ich fang diese vierte Bombe ab. Ja, das wär gar nicht so schlecht, danke. Boah, fuck. Das war verdient. Aber jetzt nicht zu früh freuen, äh? Ey, dann kotze ich. Eyes on the prize, man. Eyes on the prize. Dann kotze ich. Jetzt, jetzt, ich, 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 ich geh nicht mehr von meinen Sonden weg. Kannst du, kannst du komplett vergessen. Auch, auch, nee, ich lass die nicht aus den Augen. Die Base ist auch egal. Ja, jetzt, jetzt schon, jetzt schon. Okay, bin unterwegs. Bin unterwegs, bin unterwegs, bin unterwegs. Bisher Nuke frei. Und, 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 und. Und drei, zwei, eins. Bäm! Jawoll! Wuhuuu! Aller guten Dinge sind drei. Cheers! Holy shit! Oh! Fuck it! Ah, was geht ab, ey? Aber 250.000 XP wieder. Piu! Ah, das, das war, das war Arbeit. Das war krass. Oh, wir sind dabei vor, eigentlich must- 2 rein. Leute, Leute. Holy shit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017